hallo ihr lieben es ist sich vor einiger zeit gewünscht worden ob ich noch mal ein update machen könnte von meinem wohnzimmer weil ich ja auch zwischendurch ein paar sachen wieder minimiert habe oder sich verändert haben ich habe halt auch noch mal umgestellt und deswegen gibt es heute eine room tour ja also ich bin jetzt gerade im flur hier ist zum beispiel ein teil meines kleiderschrankes ich habe ja keinen kleiderschrank mehr und da hängen jetzt so einige jacken und strickjacken und auch ein zwei blusen weil die jetzt in meinen schrank nicht mehr reinpassen bzw ja zeige ich euch gleich das ist alles noch so geblieben der eingang meines wohnen oder überhaupt ja meines wohnraum und ja können wir doch direkt mal hier beginnen ich habe also ja hier hängen noch immer irgendwie tücher weil die das fenster mehr oder weniger offen ist hier hatte ich also ich verlinke euch mal unten in der infobox das alte video von der room tour und dann habt ihr einen vergleich denn hier stand so eine konsole tischkonsole kommode wie auch immer man das nennen mag die ist jetzt nicht mehr da und hier vorne stand eigentlich also der tisch stand da vorne den habe ich hier rüber geräumt jetzt ist irgendwie da auch mehr platz meine trommel steht da noch weil ich vorhin ein bisschen getrommelt habe ja das ist so da sind meine socken und stülpen und so drin also so paar kleinigkeiten da habe ich auch schon wieder ein paar sachen aussortiert ja hier drüben hängt noch immer das bild von mir wo ich da auch schon überlegt habe ob ich das irgendwie ja weg raus sortiere gebimsel dieses wunderschöne bild von einer zuschauerin von mir was sie mir gemalt hat und geschenkt hat die fensterbank ist jetzt mittlerweile leer und dass ich mag es so viel lieber man kann ein ganz einfach ja da eben drüber putzen und schon ist die sache erledigt und muss nicht erst tausend sachen irgendwie da wegräumen drüben liegen gerade auch noch ohrringe die ich aussortiert habe ansonsten steht hier nur dieses kleine schränkchen was ich mal von einer freundin von mir geschenkt bekommen habe das habe ich auch von bekannten geschenkt bekommen und das ist ja noch ein erbstück von meiner großmutter ja ja und dann kommen wir hier zu meiner schlaf ecke oder auch sitz ecke tagsüber sitze ich dort und ja nachts schlafe ich doch jetzt also das bett stand oder diese sitzgelegenheit stand eigentlich so mittig im raum weil ich nicht direkt an der steckdose schlafen wollte ich habe nämlich leider hinter den kissen eine dreier steckdose und ja da wollte ich irgendwie eigentlich nicht liegen wenn irgendeiner von euch eine idee hat was ich was man da so gegen die strahlung machen kann elektrosmog immermann her damit unten in die kommentare ja es ist halt einfach gemütlicher jetzt so dadurch dass man so diese schräge da oben hat und so direkt die wand am kopf ist es doch sehr angenehm also ich mag das lieber und ja dann kommen wir hier ich habe das tuch nochmal das haben ja auch mit ich noch ein bisschen mehr in die ecke verschoben und da oben hängt ja auch noch ein tuch mein buddha da habe ich eine kleine dose oder kiste da sind ein paar fotos drin und so ja mein tag meine tagebücher ja das stand eigentlich erst auf der anderen seite wo jetzt das bett oder die sitzt das ja die sitzecke ist habe ich es steht jetzt halt in der ecke und können wir mal kurz mal hingehen zwei drei bücher habe ich hier auch noch und ein paar cds in der kiste sind einfach nur ja da sind zwei ordner drin und ich glaube ein oder zwei ganz alte fotoalben noch von mir ja hier drüben ja hier die habe ich mal geschenkt bekommen den hat mir auch eine zuschauerin geschenkt und den hat mir die nena mitgebracht außen aus dem urlaub ich weiß es gar nicht mehr irgendwie oder sie hat einen ausflug gemacht und hat mir den mitgebracht hier drüben habe ich einfach nur so einen stock stehen das herz habe ich übrigens auch von einem lieben freund von mir bekommen das hängt hier eigentlich sind auch echt viele sachen die ich geschenkt bekommen habe ja das ist ein foto von mir habe ich auch geschenkt bekommen ein bild was ich gemalt habe und natürlich mein lieblings spiegel das ist wirklich ja sonst unseren herz stück hier auch hier oben das bild von hallo man habe ich auch geschenkt bekommen so habe ich doch einige erinnerungen an liebe menschen hier ja das ist noch so eine sitzgelegenheit die kann das sind so zwei teile die kann man auseinandernehmen wenn noch besuch kommt ja mein rechner und das ist jetzt mein kleiderschrank ja also jetzt sind einige sachen oben die auf der wäscheleine hängen vielleicht wenn es euch interessiert kann ich ja noch mal so ein kleiderschrank oder kommodenupdate machen schreibt es mir in die kommentare wenn ihr da bock drauf habt ja hier vorne habe ich also ich habe hier so ein tuch drüber das habe ich mal von der sonnenrocki bekommen aus einem tauschpaket leider ist da ist der schrank obendrauf ein bisschen versaut weil die nena damit klebe rumgespielt hat und deswegen habe ich einfach das tuch da so drüber gelegt in diesem kästchen also hier in diesem dieser pyramide die stand eigentlich auch bei der nena die wollte die aber nicht mehr haben und ich kann mich davon noch nicht trennen sind oben nur ein paar feuerzeuge drin und sonst eigentlich nur teelichter beziehungsweise hier schon leer die schublade ist auch leer und ja hier sind noch teelichter drin und ja da ist die pyramide ist ganz schön ich mag sie noch sehr ja und das war es dann auch schon diesen vorhang also da fragen immer viele nach diesem wandverhang den habe ich mal vor jahren also der ist wirklich schon sehr alt also was heißt sehr alt aber der ist bis über zehn jahre alt ist der schon und den habe ich mal recht günstig bei ebay erstanden für irgendwie 30 euro oder so auf den festivals wenn ich sowas gesehen habe sind die schon sehr teuer zwischen 150 und 200 euro also das war halt echt ein schnäppchen und ich liebe ihn auch sehr und mag ihn nicht hergeben ja so da bin ich wieder ja das war es auch schon aus meinem wohnzimmer oder wohnen schlafraum wie auch immer man das nennen mag das licht ist ein bisschen schlecht so jetzt ist es jetzt ist es besser wenn euch dieses video gefallen hat dann gibt mir einen daumen nach oben wie seid ihr so eingerichtet habt ihr auch so einen leichten hippie stil drin also ich mag ja dieses orientalische und mag ich finde auf den ersten blick wirkt mein zimmer nicht minimalistisch es ist sehr gemütlich aber trotzdem es ist all das mehr oder weniger außer küche und bad was ich besitze ich wünsche euch einen super schönen tag und bis dann tschüss